Abfahrt. So, richte das Spiegelsystem korrekt aus. Ja, ja. Wir kommen gleich wieder Gegner. So, ich ne... Komm hoch da. So, Spiegelsystem ausrichten. Oh, die müssen die jetzt zeigen. Alle... Was ist das denn? Oh, Geist. Ah, ein Elfengeist. Okay. Do you know? Benutze. Die Frage ist, wo müssen die alle hin? Ach. Ich glaube, die müssen alle da oben hin, ne? Oder? Das kannst du nicht tun. Komme ich denn da hoch? Ah, warte mal. Der muss da rüber, ne? Stefan kriegt ne Glatze. Die fallen die Haare aus. Ne, ne. Graue Haare. Leute, nicht Ausfall. Das ist ein Unterschied, ne? So, weiter mal. So, weiter mal. So, jetzt müssen wir den da vorne noch einmal drehen, glaube ich. Und dann sind wir, glaube ich, richtig, oder? Oder vertue ich mich jetzt? Huch. Lass mich hoch hier. Nein, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Kommst du da hoch? Sag mal. Ich bin auch gerade da hochgekommen. Sag mal. Hier, jetzt komm. Komm hoch. Komm da hoch. Jetzt aber. So. Guten Abend, Paul. Grüße. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Warte mal. Das ist ein Geist. Komm her. Das ist alle von der wilden Jagd, ne? Bezwinger. Oh. Oh, wir haben neue Sachen. Warte mal. Kurz mal im Inventar gucken. Haben wir irgendwas Cooles? Uiuiui. Chancen auf Vergiftung? Nee. Kein gutes Schwert. Nö. So, wir machen wieder Feuer hier. Jetzt müssen wir da hinten rüber, ne? So. So. Haben wir es jetzt gleich gelöst, ne? Und Paul, danke dir für sieben Monate. Dankeschön. Da ist er. Da ist er. Der Sonnenstein. Bist du mein, mein Schatz. Nichts wie weg hier. Nicht so schnell. Wir müssen noch was verbrechen. Oh nein. Lass mich rein. Was will die jetzt schon wieder? Jetzt wirst du mir erzählen, warum du den Sonnenstein viel dringender brauchst als wir. Und dann verwandelst du dich in eine Eule und zisch. Keine Ahnung, wie du diese lächerlichen Ideen hier nimmst. Die sieht doch gar nix. Doch, doch. Die ist Zauberin. Maschira, moin. Und Yennefer meint, du hättest keinen Sinn für Humor. Jetzt hör gut zu. Sobald wir die Jagd besiegt haben und Ciri in Sicherheit ist, wird Yennefers kometenhafter Aufstieg am kaiserlichen Hof ein jähes Ende finden. Oha. Was mir wunderbar in den Kram passt. Ich bin an einer Wiederbelebung der Loge nicht interessiert, wenn ich nicht die entscheidende Stimme habe. Und das erzählst du mir, weil? Wenn ich irgendwas weiß, dann, dass du mit Ciri aus der Hintertür schlüpfen und in die Wildnis verschwinden willst, sobald wir die wilde Jagd besiegt haben. Stimmt's? Ähm. Sehr romantisch. Nein. Aber vielleicht solltest du nicht dem Mädchen das Leben zerstören, sondern Yennefer mitnehmen und gehen. Wir haben den Sonnenstein, Leute. So. Triss könnte was dagegen haben. Ah, richtig. Dann gib Yennefer doch einen freundlichen Rat, ja? Auf dich wird sie hören. Boah, die ist voll frech, ne? Noch mehr weise Worte? Oder können wir gehen? Du kannst gehen. Ich weiß, dass du zu tun hast. Wir können dich allein zurückfinden. Haha. Da ist sie die Eule wieder. Da ist sie. Na toll, jetzt müssen wir uns wieder herausfriemeln, ne? Weil da sowas von klar. So, Sonnenstein haben wir geholt. Das heißt, wir können... Können jetzt zurück, ne? So. Wir müssen hier durch, glaube ich, oder? War das hier? Wir müssen uns ruhig mal helfen können, ne? Die olle Ziege. Vorbereitung auf die Schlacht, Leute. Bald geht's los hier. Große Grande-Finale. Ach, nö. Oh. Geister? So, vielleicht doch den Schutzschild nehmen. Was das Spiel immer so dunkel ist, ne? Ich hasse das. Nicht gut. So. Ah, weiter geht's. Hä, kann man hier nicht raus? Och, nö. Echt jetzt? Kann man Geister anzünden? Nein. Ist doch gut. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, das ist die Weltkarte, ne? Doofe Idee. Wir sind hier wohl wieder raus. Weil die Frage ist, wieder wo, ne? Ach, nee. Ektoplasma brennt. Ja. Auf jeden Fall. Ich werfe auch gleich mal eine Geisterfalle. Aber Mahlzeit, Hobbyfammer, große. Wo müssen wir jetzt hin? Kamen wir von da? Ich das hasse. Da kommen wir auch nicht raus. Nehmen wir das Tor da hinten vielleicht? Warte mal. Warte mal. Hä, hier gibt's ja keinen Ausgang. So. Äh. Schön. Toll. Wir kommen hier nicht raus. Du warst hier rechts vielleicht? Ne. Ah, hier. Auch nicht. Ne, da waren wir ja gerade. Lol. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Was bedeutet der gelbe Pfeil? Ja, da müssen wir hin. Aber wir können da nicht hin, weil wir keinen Schnellreisepunkt haben, Sky. Der gelbe Pfeil, da geht's irgendwie lang. Aber. Wo komme ich denn hier raus? Im Zweifel da, wo wir reingekommen sind, aber. Ich würde mal sagen, wir fliehen hier vielleicht lang, oder? Das könnte, glaube ich, der richtige Weg sein. Nein, theoretisch. Ne, auch nicht. Hä? Hier geht's auf jeden Fall hoch. Wo sind wir denn reingekommen, ey? Ach, nee, ey. Scheiße, ey. Jetzt ehre ich hier die ganze Zeit rum und komme nicht raus. Über diese Steinbrücke. Ja, ja. Die sie gebaut hat, ne? Hm. Ja, ja, aber wo war die? Ich meine, wir sind von da oben gekommen. Aber ich kann mich jetzt auch irren, ne? Ach, was ist denn das Scheiße hier, echt? Was liegt denn hier rum? Das ist schon viel näher. Das war's. Über sieben Brücken. Ja, ja, ist klar. Vielleicht kommt Peter Maffay hier raus. Über die Tür da vielleicht. Oder ist das wieder die gleiche Tür? Boah, nee, es ist wieder die gleiche Tür. Ist aber gerade schon. Wer könnte mal da hinten durch? Warte mal. Warte mal. Hm. Wir sind hier schon wieder. Wir sind richtig. Oh, eine Krabbelspinne. Eine Spinne, Leute. Oh. Oh, 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 oh. Das ist ja eine Riesenspinne, oder? Wo kommt die denn der? Oh, nein, nein, nein. Scheiße. Oh. Oh. So, besiegt das so eklige Viecher mal. Sieht eher aus wie eine Zecke. Ja, es ist ekelhaft gewesen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir wieder rauskommen. Da kommen wir auf keinen Fall raus. Was haben wir hier noch? Kisten. Kisten. Das ist ein Irrgarten hier, ne? Das macht mich einfach... Ah, hier kommen wir nicht raus. Was haben wir jetzt im Inventar dazu bekommen? Irgendwas Schönes. Angriffskraft. Oh, plus 33. Sehr gut. Oha. Plus 24, plus 17. Ja. Sollen wir was Cooles bekommen hier? Oh, nur wie gerade Langschwert. 2,20. 2,20. Ah, ne. 2,36 bis 2,88. Plus 32. Warte mal. Oha. 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 Ein paar Runen. Nup. Sehr schön. Ähm. Ähm. So, wir müssen wieder raus hier, ne? Das war nicht richtig irgendwie. Oh, da hat er auch eine Kiste. Axtkämpfer ohne. Reparaturset. Öle. Also hier müssen wir, glaube ich, wieder raus, weil hier waren wir irgendwie falsch. Wobei, wir könnten, glaube ich, auch hier lang, ne? Oha. Ist das ein Irrgarten hier? Wirst du ja bekloppt. Oh, was ist denn hier los? Elfenschlüssel. Aha. Oh. Ei. Oh. Rüstungkrieger Frejas. Meistergegenstand. Du rüstst ein Schwert. Herz und Krasser. Oh. Ach, da waren so Spieße drin, ne? Lol. Wir müssten mal kurz, äh, gucken. Schwert leuchtet pink. Ja, ja. Äh. Wir meditieren mal eben kurz. Und dann speichern wir gleich. Oh, wir sind fast Level 33. Sehr gut. Wir haben noch was Cooles wahrscheinlich bekommen. Hm. Nee. Plus 34. Nee. Nee. Aber keine Ahnung, Handschuhe? Nee. Wir haben nur diese kleinen Stumpfen hier, ne? Diese Dinger hier. Sehr gut. Was haben wir denn für eine Buchse hier? Die ist minus 4. Wir speichern mal eben kurz, äh, speichern. Ah ja. Gut. Dass wir gespeichert haben. Äh, ja. Klappt wieder super. Tod über 1 heute. Wird nicht der letzte sein. Mastermind, ne? Ja. 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 Mist. Nebel? Da ist ein Nebel? Echt? Wo? Ich hab kein Nebel gesehen. Das können wir aushebeln, sagst du. Da war echt ein Hebel? Okay. Wo? Warte. Links an der Wand. Ach. Verrückt. Haben wir es jetzt ausgeschaltet? Ach. Das funktioniert sogar. Ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Zählt hier mal mit? Nein. Oh, warte. Mist. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, was ist das denn? Ja, verrückt. Wir müssen erstmal aus der Höhle kommen jetzt hier. Boah, jetzt irgendwie hier in dieser beschissenen Höhle rum, ne? Das war ja zu einfach. Ja, ist richtig. Jetzt sind wir wieder da. Schön. Ich will doch einfach nur raus hier. So, komm ich jetzt hier nicht hoch, hä? Ah. Sehr gut. Ja, ist richtig. Ja, ja, Jodie. Wir wollen doch einfach nur raus hier, oder? Warte mal. War hier nicht die Brücke? Nee, da geht's wieder runter, ne? Da sind wir runtergelaufen, ne? Da hat die die Brücke gebastelt. Das heißt, wir müssen hier hoch. Oder? Nee, das war die andere Richtung, ne? Da müssen wir doch lang. Warte. Da müssen wir da links. Also quasi hier. Ah, jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. Wir sind richtig. Guten Abend. Hallo, hallo. Genau. Jetzt seh hier. Ja, wo ist denn hier? Ah, da vorne. Ah, da vorne. Sehr gut. Einen Fähigkeitspunkt erhalten. Sehr gut. Ich verlaufe mich auch mal bei solchen Sachen. Ja. Ich habe da echt ein Talent für. Das ist halt schrecklich, sowas. So, 390 Schritte. Weil du siehst hier auch nichts, ne? Wo du hin musst, ne? Das ist einfach belastend. Irgendwo muss hier ein Ausgang sein. Aber frag mich bitte nicht, wo. Irgendwo war hier ein Ausgang, aber... Nehmen wir den einfach da hinten, oder? Guck mal. Oder ist das eine andere Halle? Boah, es ist ein Irrgarten, ne? Oh. Da war ein Golem. Hallo. Ich glaube, wir laufen im Kreis, ne? Könnte das sein? Hä? Sind wir wieder hier? Oh, da ist noch ein Macht. Wo hat der Macht? Irgendwie Zeichenintensität erhöht. Sehr geil. Wird sie nicht raus? Oh, diese Höhle. Oh nein. Das kann doch alles nicht sein. Das war doch viel einfacher, wo wir hier reingekommen sind. Ich brauche doch einfach nur Licht. Ich brauche doch einfach nur Licht. Gehen wir mal hier wieder raus. Ne, das muss glaube ich falsch sein. Gehen wir mal hier lang. Da waren wir gerade auch. Da war glaube ich der Golem. So, die Zahl verringert sich. Ah, die Frage ist, wo ist der Ausgang, Leute? Oh, da ist noch ein. Noch einer? Leute. Noch mehr? Was geht da nicht lang? Oh, da müssen wir hier hoch. Warte mal. Ah, hier könnte es sein. Warte. Ich glaube, hier war es. Und dann hoch. Und dann da. Ah, nee. Das ist die Brücke wieder. Verdammt. Aber in welche Richtung hat sie die gebaut? Hat sie die hoch gebaut, ne? Wohin? Ich habe mir aber nicht gemerkt, wo wir langgekommen sind. Ich gehe mal da raus. Nach oben hat sie gebaut. Yeah. Ah, wir haben es. Yes. Och, Leute. War das eine Suche, ne? Meine Herren. So, wir haben es geschafft. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben es geschafft. Das hat gedauert. Ja, aber es war jetzt auch nicht einfach, fand ich. Der Weg war jetzt, äh... So, zurück nach Kertrolde. Also, ich fand den Weg jetzt ein bisschen schwierig, oder? Was meint ihr? Hier. Also, es war ein bisschen... Ja. Nein. So. Wir speichern auch mal direkt. Nicht, dass wir gleich wieder sterben und, äh... Direkt, wenn wir da draußen sind. Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. So verschafft man es. Was? Du musst nur zurück, du hast was vergessen. Nein, lösch dich, Apokalipika. Nein, wir haben nichts vergessen. Nee. Nee. Wir haben mehr, Fremder. Ich hab gehört, dass gestern statt der Fische die Nilfgaarder angewiesen hat. Ja. So. Jetzt gibt's Stress. Jetzt gibt's Stress. Aber wir haben eine coole Rüstung, ne? Diesmal ja auch nicht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich der Jagd entkam. Ach ja. Deine berühmte Amnesie. Du hattest keine? Nur kurz. Mein Gedächtnis ist schnell zurückgekehrt, als die Magier des Kaisers mich in den Fingern hatten. Sehr gut. Ach, okay. Danke, Jan. Bis dann. So, mit wem müssen wir jetzt sprechen? Hier? Mit ihm hier? Ja, Gerald? Alles fertig. Let's go. Tööö. Ja, alles erledigt. Let's go, Leute. Abfahrt. So, Eredim. Alles abgeschlossen. Und jetzt geht's als Eingemachte, Leute. Den König der wilden Jagd müssen wir töten. Ich bin mal gespannt. Wie viele Versuche wir brauchen? Tipps gerne in den Chat. Ihr postiert euch auf den Klippen. Hier, hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben... Zwölfmal, sagst du? Ich will nur vermeiden... Oh, Gerald. Auf dich haben wir gewartet. Wie nett. Wie lieb von euch. Ah, Ciri ist ein bisschen angepisst, ne? 20 Versuche. Echt? Okay. Er ist einfach. Aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Karanti auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahrer kurz darauf in der Bucht erscheinen. Da geil, falls er das Schiff vornehmen, ne? Verhindern, dass das Schiff in die Welt der NL zurückkehrt. Eine Umfrage. Und die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das 7. Imlak-Infanterie-Regiment unter Herzog Varadres entern. Mit deiner Hilfe. Gut, warte mal. Stimmen wir mal kurz ein. Ihr könnt Kanalpunkte setzen, Leute. Pass auf. Wir machen da eine Herausforderung raus. So. Für die Leute, die das auf YouTube gesehen, geht natürlich nicht, ne? So, wir machen eine Vorhersage, Leute. Ähm. Wie viele Versuche werden wir brauchen? So, Leute. Ähm. Ich sag mal so. Mehr als 15 Versuche. Oder weniger als 15 Versuche. So. 5 Minuten habt ihr Zeit. Let's go, Leute. Ihr könnt jetzt eure Punkte setzen. Das heißt, Kanalpunkte, Leute. Für was versuche? Eredim zu töten. Eredim zu töten, Leute. Den, äh. König der wilden Jagd. Darum geht's. Eredim, den Endgegner. Darum geht es. So. Setzt jetzt eure Punkte, ne? Mehr oder weniger als... Als... Ihr müsst dich einzeln anklicken, Leute. Ihr könnt auch da eine individuelle Zahl angeben. Ne? Das geht auch. Guten Abend, Handball. Grüße. Hier ist aber großzügig mit seinen Ressourcen. Er hat sogar seinen Skelly-Gefeldzug unterbrochen, um uns zu helfen. Aber nicht aus reiner Freundlichkeit, glaubt mir. Er macht es aus dem gleichen Grund wie wir alle. Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Boah. Das ist mal eine Ansage hier von Philippa. Viel Glück. Ja, viel Glück, ne? Habe 10K in den Topf geworfen. Dass ich es nicht schaffe. Dass ich weniger schaffe. Mal gucken, komm, wenn wir mit. Mal sehen, mal sehen, ne? Lass mich raten. So hattest du dir das nicht gedacht. Nein. So hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu. Viel zu gefährlich. Oha. Du hast nicht das Recht, sie herumzukommandieren. Amüsant. Zirael hat das Gleiche gesagt. Nur viel... Nehmen wir die jetzt mit? Doch, ich habe dieses Recht. Nur ich weiß, wie man den Sonnenstein aktiviert. Oh. Und ich tue es zu meinen Bedingungen oder gar nicht. Ja, ja, ist klar. Zirael hat die Stärke meines Arguments erkannt. Zweifellos wirst du das auf. Ja, muss ich ja wohl, ne? Aber ich glaube, der plant irgendwas anderes. Dem ist... Zirael, schwörst du am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Nein. Okay. Schwöre. Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Frech, die Kleine. Oha. Der weiß irgendwas, was er nicht erzählt. Definitiv. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Joa. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Booten und den Soldaten auf dich. Ja, dann, äh... Joa. Das Ende naht. Triss, ist alles in Ordnung? Ja. Ich wollte nur kurz mit dir reden. Bevor... Bevor es losgeht. Kopf hoch. Die Jagd ist geschwächt. Wir haben... Nein, ich will nichts mehr vom Kampf hören. Halt mich einfach nur fest. Und sag etwas Nettes. Ah. Ah, lange Nächte. Sehr gut. Ich kann's kaum erwarten. Unglaublich. Du hast etwas romantisches... Ballabum, ballabang, Leute. So. Ein Moment der Schwäche. Tja, aber bitte nicht im Kampf. Wenn dir etwas zustößt. Dann ist das so. Denk nicht an sowas. Daran darfst du nicht denken. Und woran soll ich dann denken? M hier war M Reis. Auf Parade. Splitternackt. Ach, Geralt. Du bist ja so charmant, wenn du versuchst... Lol. Versuchst? Nimm das zurück. Das war ein guter Witz. Hm. Hm. Die sind doch zusammen, die beiden. Du warst nicht da, Sky. Willst du, dass ich weine? Ciri würde mich das nie vergessen lassen. Nur zu. Die sind ein paar, hör mal. Wir haben im Leuchtturm so, ne? Geleuchtet. Na, endlich. Wurde auch Zeit, ne? Ich liebe dich auch. Uh. So, Leute. Auf dünnem Eis. Äh. Sprech mit Avalek, wenn du kampfbereit bist. So. Ich würde sagen... Brauchen wir noch irgendwas, Leute? Brauchen wir noch irgendwas? Brauchen wir irgendwas? Irgendwelche Öle? Ne. Haben wir sowieso nichts da. Schade. Wir speichern nochmal eben. Sehr gut. Da würde ich sagen, let's go, ne? Abfahrt. Quatschen die da alle? Da ist er. So, let's go, Leute. Jep. Ich würde sagen, wir sind bereit, ne? So, ich würde sagen, wir sind bereit, ne?